Die Politik schafft es leider nicht mehr, die Inhalte einfach und nachvollziehbar mitzuteilen. Deshalb übernehmen das jetzt die Bürgerinnen und Bürger. Herzlich willkommen zur Bürger-Pressekonferenz. Moin Mutti, langsam nervt das hier alles. Sie ist Christin, aber sie sollte etwas härter sein. Ja, also Frau Merkel, diese ganzen Regeln, man weiß ja nicht mehr, rein in die Kartoffeln oder raus aus den Kartoffeln. Es ist halt ein bisschen peinlich, dass jemand mit so einem schlechten Haar wie Boris Johnson es trotzdem besser auf die Reihe kriegt als sie. Ach, der Müller, der denkt auch nur an seinen Wahlkampf. Mach mal. Tu was. Alles zu. Keine Vögel fliegen, keine Armeise auf dem Boden. Ausgangssperre. Ausgangssperre. Das ist ja der Witz, ne? Wenn ich in der Nacht zu Hause bin, das heißt, der Virus ist auf der Straße. Wenn ich am Tage bin auf der Straße, ist der Virus nicht da. Irgendwie stimmt was nicht. Ich denke, manche Politiker brauchen eine Ausgangssperre auf jeden Fall. Und vor allen Dingen, denkt an uns kleine Solo-Selbstständige. Ihr lasst uns verrecken. Vielen Dank dafür. Wir haben euch nicht mehr lieb. Wir haben euch nicht mehr, gerne aus début zuken. Vielen Dank.